Diktat 11 Der Schwarzwald Einer der beliebtesten Tourismuslandschaften Deutschlands Der Schwarzwald liegt im Südwesten der Bundesrepublik im Bundesland Baden-Württemberg. Seinen Namen bekam er vor etwa 2000 Jahren von den Römern, weil das Gebirge von einem dunklen und unheimlichen Urwald bedeckt war. Im Mittelalter wurden viele Bäume abgeschlagen. Man brauchte Holz für den Bergbau und die Glasproduktion, für die der Schwarzwald berühmt wurde. Heute ist der Schwarzwald eine interessante Mischung verschiedener schöner Landschaften. Wald wechselt ab mit Wiesen, Täler mit Bergen. Außerdem gibt es zahlreiche Dörfer mit den typischen Schwarzwaldhäusern und romantische alte Städte. Sie zeigen, dass die Region seit Jahrhunderten im Zentrum der europäischen Kultur gelegen hat. Heute ist der Schwarzwald als Tourismusparadies bekannt. Skilaufen im Winter und Wandern und Baden im Sommer sind möglich. Und wer sich ein typisches Souvenir mit nach Hause nehmen will, kauft eine Schwarzwälder Kuckucksuhr. Der Schwarzwald liegt im Südwesten. Der Bundesrepublik im Bundesland Baden-Württemberg. Der Bundesrepublik im Bundesland Baden-Württemberg. Seinen Namen bekam er vor etwa 2000 Jahren von den Römern. Seinen Namen bekam er vor etwa 2000 Jahren von den Römern. Weil das Gebirge von einem dunklen und unheimlichen Urwald bedeckt war. Im Mittelalter wurden viele Bäume abgeschlagen. Im Mittelalter wurden viele Bäume abgeschlagen. Man brauchte Holz für den Bergbau und die Glasproduktion. Man brauchte Holz für den Bergbau und die Glasproduktion. Für die der Schwarzwald berühmt wurde. Für die der Schwarzwald berühmt wurde. Heute ist der Schwarzwald eine interessante Mischung verschiedener schöner Landschaften. Heute ist der Schwarzwald eine interessante Mischung verschiedener schöner Landschaften. Außerdem gibt es zahlreiche Dörfer mit mit den typischen Schwarzwaldhäusern. Außerdem gibt es zahlreiche Dörfer mit den typischen Schwarzwaldhäusern. Und romantische alte Städte Punkt. Und romantische alte Städte Punkt. Sie zeigen, dass die Region seit Jahrhunderten im Zentrum der europäischen Kultur gelegen hat Punkt. Im Zentrum der europäischen Kultur gelegen hat Punkt. Heute ist der Schwarzwald als Tourismusparadies bekannt Punkt. Heute ist der Schwarzwald als Tourismusparadies bekannt Punkt. Skilaufen im Winter und wandern und baden im Sommer sind möglich Punkt. Und wandern und baden im Sommer sind möglich Punkt. Und wer sich ein typisches Souvenir mit nach Hause nehmen will Komma Und wer sich ein typisches Souvenir mit nach Hause nehmen will Komma Kauft eine Schwarzwälder Kuckucksuhr Punkt. Kauft eine Schwarzwälder Kuckucksuhr Punkt. Diktat 11 Der Schwarzwald Einer der beliebtesten Tourismuslandschaften Deutschlands. Der Schwarzwald liegt im Südwesten der Bundesrepublik im Bundesland Baden-Württemberg. Seinen Namen bekam er vor etwa 2000 Jahren von den Römern, weil das Gebirge von einem dunklen und unheimlichen Urwald bedeckt war. Im Mittelalter wurden viele Bäume abgeschlagen. Man brauchte Holz für den Bergbau und die Glasproduktion, für die der Schwarzwald berühmt wurde. Heute ist der Schwarzwald eine interessante Mischung verschiedener schöner Landschaften. Wald wechselt ab mit Wiesen, Täler mit Bergen. Außerdem gibt es zahlreiche Dörfer mit den typischen Schwarzwaldhäusern und romantische alte Städte. Sie zeigen, dass die Region seit Jahrhunderten im Zentrum der europäischen Kultur gelegen hat. Heute ist der Schwarzwald als Tourismusparadies bekannt. Skilaufen im Winter und Wandern und Baden im Sommer sind möglich. Und wer sich ein typisches Souvenir mit nach Hause nehmen will, Kauft eine Schwarzwälder Kuckucksuhr. Kauft eine Schwarzwald